Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Mein Name ist Manon. Hier von Kim ist Manon 200 von dem Kanal. Ja, äh, heute haben wir, äh, ja, nochmal ein drittes Video. Ja, ich, äh, darf euch vorstellen den Apollo 13. Äh, aber ein bisschen anders als ein ganz anderer Apollo. Und dann starten wir mal. Wir starten. Ja, das geht los. Ready. Wir müssen mal die Bögel zu machen. So, Bögel zu. Nix geht mehr, ja. Ja, ach so, ich muss den Motorrad sagen. So, alles auf, Freunde. Dann brauchen wir mal. Es geht los, Freunde. Ready, ready. Freunde. So, alles auf, Freunde. Ja, jetzt geht's los. buenos, Leute. Ja. Hey, alles auf, Freunde. Und auf die Maschino! Das war's. Das war's. Das war's. So, Freunde, dann machen wir den ganzen Scheiß mal von vorne, ne? Ja, natürlich. Yeah. Los. Machen wir den ganzen Scheiß mal andersrum, baby. Machen wir den ganzen Scheiß mal andersrum. Danke,區. Yoodley, hee, 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 hee. Yoodley, hee, 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 hee. Was. Wee, wee. Und lasst eine Maschine. Letzte Tour. Finale. So, alles da vorne. Dann halten wir neue Reise. Neue Reise bitte schön dann wieder einchecken. Dann geht es gleich wieder los. Neue Reise neu runter bitte schön. So, das meine Freunde, das meine Lieben, das war es von diesem Video von Apollo 13. Den anderen Apollo 13 hier. Ach, das mal kurz. Von Schaustellerbetrieb, Klante und Söhne. Das war es mit diesem Video heute. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, lasst ein Like, Daumen, Abo und vielleicht auch einen Kommentar zu diesem Fahrgeschäft. Das würde mich freuen. Ansonsten habe ich nichts dazu sagen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer MacKirbersmalon200.